Hallo und herzlich willkommen zum Workshop Design Kalkulieren. In diesem Workshop wollen wir uns mit der Erstellung von Angeboten, der Berechnung eures Stundensatzes und mit der Kalkulation von Lizenzen auseinandersetzen. Mein Name ist Marco Linke, ich bin selbst Designer, habe mich 1999, 2000 rum als Grafikdesigner niedergelassen, die Agentur Artivista gegründet, die 2008 zur GbR wurde und heute sind wir ein größeres Team als Agentur für visuelle Kommunikation und arbeiten für regionale und bundesweite Projekte. Das ganz kurz zu mir heute, aber als wir uns damals gegründet haben, da standen wir vor dem gleichen Problem wie wahrscheinlich die meisten Selbstständigen, ganz gleich ob jetzt Grafikdesigner, Webdesigner, Fotografen, Entwickler oder Berater, einfach vor der Frage, was können wir für unsere Arbeit verlangen oder anders ausgedrückt, was ist eigentlich unser Wert? Im Sinne von, wie viel darf ich pro Stunde verlangen, ohne dass ich einen Kunden verschrecke oder wie viel muss ich die Stunde verlangen, damit ich vor meiner Arbeit leben kann? Und wenn man mal einen Blick auf den Markt wirft, ist das ein bisschen erschütternd, dass dann doch sehr viele Kollegen an genau diesen Fragen scheitern und 68% der Kreativen schaffen es nicht, 6 Jahre in ihrem Beruf zu überleben, nach dem Gehaltsreport des BDG. 72% verdienen am Limit und 13% sogar keine 1000 Euro pro Monat und es zeigt, dass in der Branche insgesamt die Zufriedenheit, was zumindest das Geld angeht, doch etwas mau ist. Und dann gibt es noch ganz schreckliche Zahlen, dass 90% innerhalb der ersten 10 Jahre komplett scheitern. Also hier sind wir mit 15 Jahren Berufserfahrung als Agentur, kann man sagen, gehören wir zu den mickrigen 10%, die auf dem Markt überlebt haben. Genau dies überleben, das wollen wir mit diesem Workshop sichern. Also wir wollen nicht nur arbeiten, Arbeit, die Spaß macht, sondern wir wollen von unserer Arbeit auch leben können. Und die gute Nachricht ist, dass es ganz offensichtlich ja machbar ist. Es schaffen ja immer wieder Leute. Ich selbst setze mich jetzt schon seit vielen Jahren mit dem Thema Design in der Praxis auseinander und schule dazu regelmäßig junge, aber auch erfahrene Kollegen. Versuche hier Denkanstöße zu geben und schaue in der Branche, wie andere eigentlich kalkulieren und habe das mal 2009 zu einem Buch zusammengefasst, Design kalkulieren und was natürlich einerseits für mich sehr erfreulich war, dass es sofort zum Amazon Bestseller wurde, was aber das viel deutlicher gezeigt hat, ist, dass es ein absolutes Bedürfnis nach Aufklärung in diesem Bereich gibt. Also habe ich mich in das Thema weiter eingearbeitet in den Jahren danach, habe dann verschiedene Applikationen dazu gebaut, wie den Design Fee, Calculator oder Web Fee und ja, es war jetzt keine große Überraschung, dass auch hier die Kollegen sagten, Mensch toll, eine Kalkulationshilfe nehmen wir gerne. Überraschend war aber auch hier das Ausmaß, dass tatsächlich beide Apps 2011 und 2012 zu den meistverkauften Produktivitäts-Apps gehörten und das ja in einer absoluten Nischenbranche. Also ganz offensichtlich gibt es hier das Bedürfnis nach Aufklärung und das ist ja auch der Grund für diesen Workshop. Diesen Workshop gebe ich für verschiedenste Institutionen. Ich arbeite zum Beispiel als Gutachter an einer Fachhochschule für das Kompetenzzentrum der Kreativwirtschaft der Bundesregierung, Rationalisierungs-Innovationszentrum, Berliner Verband für Arbeit und Ausbildung oder die Hochschule für Management. Und seit 2014 bin ich auch im Expertengremium der Allianz Deutscher Designer zur Erstellung des AGD-Vergütungstarifvertrages Design, was auch wieder eine sehr spannende Arbeit ist, mal über den Tellerrand zu schauen, wie schaut das eigentlich bei Produktdesignern aus, bei Modedesignern. Das Grundprinzip ist aber generell das gleiche und insofern ist der Workshop eigentlich auf alle Bereiche gut anzuwenden. Kurz in diesem Workshop wollen wir genau die Themen besprechen, die ich sonst in den Seminaren bespreche. Hier geht es darum, ganz vorne anzufangen. Kenne deinen Wert, also was kannst du für einen Preis berechnen, Stichwort Marktanalyse, und was musst du für einen Preis pro Stunde berechnen, Stichwort Existenzminimum. Also wo kann ich einfach nicht mehr drunter gehen, dann kann ich von meiner Arbeit nicht mehr leben. Wir starten dann mit der Entwicklung eures eigenen Stundensatzes. Also es geht hier nicht darum, dass ich erkläre, wie jetzt die Berufsverbände ihre Zahlen ermitteln, sondern es geht darum, dass ihr wirklich euren Stundensatz habt, wo ihr dann wisst, okay, das muss ich die Stunde verdienen. Wenn ich mehr rausfüllen kann, wunderbar, aber wenn ich weniger verdiene, gehe ich krachen. Dann schauen wir uns an, wie man Zeitaufwände einschätzen kann, welche Hilfsmittel es hier gibt, wo man Hilfe bekommt, um Zeitaufwände richtig einzuschätzen und dann auch komplexe Projekte kalkulieren zu können. Anschließend zeige ich dann die Berechnung dieser komplexen Projekte. Wie kann ich also eine Website oder eine Flyer-Entwicklung oder was auch immer in ein transparentes Angebot umwandeln? Und schließlich widmen wir uns dann nochmal dem Thema Nutzungsrechte und deren Berechnung. Und in dem Feedback aus den Seminaren höre ich als erstes immer, Nutzungsrechte machen wir sowieso nicht und kann ja eh keiner zahlen. Das kann gut sein und das ist auch gar nicht schlimm. Aber man sollte nur wissen, dass ein Werk, sobald ich etwas von gewisser Gestaltungshöhe geschaffen habe, von Rechts wegen den Nutzungsrechten unterliegt. Sprich, ich kann ein Urheberrecht nicht übertragen. Ich kann also, wenn ich jetzt ein Signet entwickelt habe, welches eine gewisse Gestaltungshöhe hat, das nicht verkaufen, das Urheberrecht. Ich kann nur die Nutzung daran verkaufen. Und insofern ist es für den Beruf des Kreativen zwingend notwendig, dass ich zumindest weiß, was gibt es für Nutzungsrechte und wie könnte ich die berechnen, ob ich das dann in der Tat auch dem Kunden in Rechnung stelle oder ob man das nicht machen sollte oder in welchem Umfang. Da gibt es viele Modelle und da werden wir auch im Workshop dann drüber sprechen. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende des Kurses angekommen. Es wird zwischendurch immer wieder Wiederholungsfragen geben, aber vor allem, bitte nicht vergessen, dies ist kein Seminar im klassischen Sinne, sondern wirklich ein Workshop. Ich habe es jetzt ja ein paar Mal gesagt, sprich, eure Mitarbeit ist drehend gefragt. Ich begleite euch natürlich Schritt für Schritt durch den ganzen Kurs, aber erst durch euer eigenes Engagement erreicht ihr dann wirklich das Ziel dieses Workshops, nämlich die Sicherung der Existenzgrundlage. Erstens durch Ermittlung eines kostendeckenden Stundensatzes, dann durch die professionelle Einschätzung von Arbeitsaufwänden, dann wie kriege ich das dem Kunden gegenüber kommuniziert, also wie baue ich jetzt das Angebot sinnvoll, transparent zusammen und zumindest muss ich rechtssicher wissen, was Nutzungsrechte und Lizenzen sind und wie ich die gegebenenfalls auch verhandeln kann. Okay, dies soll ein kurzer Überblick sein zum Kurs Design kalkulieren. Ich hoffe, wir sehen uns gleich im Kurs. Bis später dann. 3 4 5 6 7 9 Untertitelung des ZDF, 2020